GameKeys GameCards Gold und Credits MMOGA Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen Watch your language Ich gucke meine Sprache Sehr gerne sogar Ah so bin ich nachgeladen, wunderbar damit die ganze Zeit Angst dass es nicht nachgeladen ist und dass es nichts bringt, wenn ich nicht wechsle Und tschüss Baseware ist das Verbot noch egal Respect each over Alle anderen respektieren Aber ich kenne die doch gar nicht Warum soll ich hier nicht respektieren Glug sage ich zu jedem der Schlechter ist als ich Alle die 5. bis 12. in meinem Team und 1. bis 11. im Gegnerteam sind sind Noobs Doch ich bin wirklich besser als alle anderen im Gegnerteam Huch Stop Spawnwerp Fucker Tut mir leid mach ich gerne Huch das hat mich auch schon wieder nicht erwischt Überfliegen darf man auch mal Das war auf jeden fall logisch An Pech bin ich gerade hier gestorben Ich wusste es Pech Ich hasse diesen Ausdrück Bad Luck Are you stupid you asshole? Not caught, haha It's not a base hit, it's just out of the base. I'm still in my forbidden zone. Well, where I will die. But... I hope he's dead too. Should I be in a camp? Ah, no. The camp. My killcam is shot in. Uh, uh. Stop your flying tank. What? We don't understand Ali. We don't understand. 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 Na ja, der eine ist rausgesprungen. Der kriegen die anderen noch. Ich mach schon wieder Blaselping, aber das ist mir egal. Leute, er schießt nicht auf mich Das muss so ein Level 1 sein Ich weiß nicht, wenn man das Ding bedient, ob man drinnen sitzt Aber wie will man sonst lernen auch trotzdem Ich kann auch nicht wissen, wie man sowas bedient Und da hat er mich sogar noch getötet Die kämpfen schon in ihre eigene Base Jawohl, wir haben es geschafft Wollen die Runde, diese erste Hälfte vorbei irgendwie Also die haben erst die Hälfte der Tickets verloren Das kann doch ein gutes Weichen dauern, bis wir die besiegt haben Ich wollte das auch keinen Teamausgleich mehr bringen Und ich kann meinen Chat ein bisschen auflevenen Und mittlerweile mehr gestorben als getötet Irgendwie langweilig, sehr, sehr langweilig gerade Ich kann da ein bisschen Kunstflug machen oder was anderes gerade Einfach so drüber fliegen wie ein Aufklärungsflugzeug Und da schießt die Flugabwehr auf mich Die nutzen wahrscheinlich ihre mobile Flugabwehr als stationäre in der Base Ich will es kaputt machen, scheiße Die brüchtigten Steine, wo man sich das Genick bricht Sie kennt jeder, sie sind auf jeder Map Auf Operation Metro sind sie aber am schlimmsten Fahre ich nicht mal einen Tank Stay at me, please Stay at me, stay at you, stay at... ja, us Junge, wir zerficken die ganz schön hier Unser besser hat zweimal so viele Punkte wie die anderen Ich geh gleich raus hier Noch ein Leben Die sind ein bisschen sehr öde Die anderen scheinen es zu feiern 27, 6 Im Gegenteil hat keiner eine positive 0 zu 16 Der eine hat gar kein Level ganz unten Das Teamwechsel wäre vielleicht mal interessant Aber bei uns sind die ganzen guten, die haben nur einen guten Das ist doch heute eine 3er da Wenn man vom Level aus geht Schade Elegant hat nochmal geklappt Die kriegen ja gar nichts geschissen Die stürzen ja schon ab beim Melikopter fliegen So schlecht war noch nicht mal ich am Anfang Ja jetzt ernsthaft Was haben die da vor? Ich sehe dadurch, dass die Sonne blendet nix Ich geh jetzt raus auf den Bock mehr